Aufgrund der Klimaerwärmung durch Treibgasemissionen schmelzen Gletscher jährlich um mehrere Meter. Hochgerechnet dürfte die Eismasse ab Mitte des 21. Jahrhunderts komplett verschwunden sein. Verantwortlich dafür sind unter anderem Flugemissionen. Um auf diese Problematik hinzuweisen und Fluggästen aufzuzeigen, was sie dagegen tun können, wurde am Zürcher Flughafen ein ganz spezielles Giveaway verteilt. Das My Climate Gletschereis. Wegen des schlechten Schweizer Sommers 2014 waren in den Herbstferien die meisten Flüge in den Süden komplett ausgebucht. Dementsprechend erreichten wir besonders viele Leute und sorgten so schon vorzeitig für Ferienstimmung. Wer das Eis aufgegessen hatte, wurde von einer Botschaft überrascht, die das Thema Eisschmelze auf den Punkt bringt. So schnell kann es gehen und das Eis ist weg. Dabei wurde auf My Climate verwiesen, wo jeder Einzelne seinen Beitrag zum Klimaschutz leisten kann, was wiederum viele zum Nachdenken anregte und immerhin einige auch zum Handeln. Denn direkt via QR-Code oder auf myclimate.org konnte man die Flugemissionen der eigenen Reise kompensieren, für ein noch besseres Klima. My Climate protect our planet.